Ich bin Ivo Mathier von der KFM-Bec in Sion, ein Beruf von Winzer. Ich darf meine Leidenschaft davon anleben. Ich bin in Boru mit Tubaien und der Nase im Glas. Meine Philosophie ist, von und mit der Natur zu leben. Mit der Natur jeden Tag, wie sie vorne ist. Und von der Natur leben wir, indem wir schauen, was sie bereit ist zu geben. Wein ist das Einzige, an was ich kann. Und ich glaube, wir machen das seit Generationen gut. Mit viel Spass und mit Liebe zur Sache. Alnatura ist der perfekte Partner für mich. Das stimmt natürlich von meiner Philosophie mit der Philosophie von Alnatura zusammen. Und vor allem soll für mich der verlängere Darum für die Leute, die nicht zu mir hier in Sion Wallis auf mein Wein gehören können. Das stimmtylтер ist einellaer, Das stimmt uns gar nicht! Was ist das Latino?